Guten Morgen, liebe Freunde und Freunde Linese. So, ich stehe hier jetzt schon seit ganz, ganz langer Zeit an dieser dämlichen Badezimmer hier und warte drauf, bis meine Frau Linje endlich fertig ist. Ja, da steht die auf und dann geht die erst mal ins Bad. Da muss Wasser getränken, da muss man in dieses komische Ding rennen, wo das Wasser von oben kommt und da muss man sich dann Shampoo ernähren und beim Rausgehen trockene machen und dann muss man sich noch pusteln, mit dem Puste-Ding, die Haare pusteln und dann hat die so komisches weißes Zeich, macht die in die Hand und dann schmiert sie das überall hin. An die Füße, an die Beine, an die Arme, überall an der Bobo, überall schmiert sie sich das Zeug hin. Das nennt die Lotation, Körperlotation. Ja, das soll gut für die Haut sind. Ja, ich finde das Quatsch, aber okay, wenn sie das gut ist, dann muss sie das machen. Ja, und dann muss sie noch mit dem Bzzz-Ding so im Mund rummachen. Ja, da kommt auch was drauf, so komische Paste und dann macht die Bzzz-Ding im Mund rum. Das nennt die Zähneputze. Ja, das wär ganz wichtig, und dann muss noch so komische Paste ins Gesicht geschmiert gehen und unter die Arme wird gerollt, als es ist es wirklich, es ist Wahnsinn. Da stehst du stundenlang, bis sie mal endlich die Socke und das Hölzchen an hat und das Dekollteite geschmiert ist und so, das dauert alles. Aber ich glaub, sie hat's jetzt mal geschafft, weil ich will jetzt mit ihr endlich meine Runde gehen. Weil mein Herrscher hat gesagt, meine Frau Linze, sei morgen dran. Ja, okay, Freunde. Ich glaub, jetzt so langsam kann ich mich eine Runde bewähren. Und mein Herrscher zieht mir dann die Leinen an und meine Frau Linze geht mit mir los. Also ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschöner Tag. Passt auf euch auf. Und tschüss, bis dann, euer Merlin.